Bevor das Video losgeht, will ich sagen, dass ich nichts gegen die genannten Personen hier habe und dass ich locker zu 100% ein Falschfaktor bin. Los geht's! Ja moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Kaviar. Gut, hier sehen wir direkt die Familie und darf ich bitte vorstellen? Der Typ mit der Brille heißt Leo Marsha. Die Frau trägt den wundervollen und hübschen Namen XXtreme. Und das Kind hat den wundervollen und süßen Namen Julienko. Na, wie gefallen euch die Namen? Ja klar Julienko, schmeiß doch einfach den Teller runter, ist ja nicht Lebensmittelverschwendung. Nein, nein, nein. Leo Marsha, warum willst du Julienko eigentlich Kaviar geben? Ich verstehe es nicht, er hat gerade einen Teller kaputt gemacht und außerdem hat der Bibi verlassen. Das heißt, du wirst Opa und du erlaubst es ihm noch und hältst ihn nicht dabei auf, einen Teller kaputt zu machen. Schämst du dich nicht? Eine Frage stelle ich mir da doch. Wie kam Julienko eigentlich ans Radio ran mit seinem kurzen Arm? Und Julienko, ich habe persönlich noch eine Nachricht an dich. Höre auf zu tanzen, das ist einer zu sehr am Fortnite. Höre auf zu tanzen, das ist einer zu viel neid.